Die Westfield Schnecke ist ein kanadisches Qualitätsprodukt mit einer hohen Leistung, hergestellt von einer der größten Spezialfabriken von Rohrschnecken der Welt. Die größte Schnecke fördert 245 Tonnen pro Stunde und ist dadurch für die Füllung von Flachlagerungen und Silos wohl geeignet. Eine Westfield Schnecke ist außerdem eine äußerst mobile Lösung, die sich einfach von Silo zu Silo transportieren lässt. Die Schnecke wird in verschiedenen Designs geliefert, entweder mit Elektromotor oder mit Zapfwellenantrieb für den Schlepper. Wir bieten auch ein großes Programm an Zubehör für unsere Westfield Schnecken an.